Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Yo, was geht ab, Kasper? Was geht? Was rollen wir hier vor uns her? Was ist das? Ey, wir sind hier gerade richtig crazy am Rollen, Alter. Das ist ja nicht so normal. Ich seh es. Wir müssen einfach einen riesigen Geldball bekommen, oder was? Ich weiß. Wir machen heute das Geldrennen einfach. Das heißt, hinten kann man bis 100.000 kommen. Und wir müssen jetzt hier Geld einsammeln, dass wir gleich in 170 Sekunden probieren, so toll es geht zu rennen mit dem Geld. Also, je mehr Geld wir haben, desto weiter kommen wir dann. Ah, nee, es ist schon. Wir können gerade. Guck mal. Können wir schon laufen, oder was? Ja, ja. Und... Wir können schon laufen. Oh mein Gott, ach so. Oh mein Gott, die ganze Geldscheine über die Lava rüber. Ich habe kein Geld. Oh nein. Ey, jetzt habe ich gerade... Ey, ich kann nicht mehr ein Starter-Eck. Ich habe jetzt gerade... Jetzt habe ich jetzt ein Start-Eck kaufen. Ja, sehr gut. Ich bin 674 weit gekommen. Und du? Äh, oh mein Gott, ich habe einen Hasen bekommen. Ich bin gerade eigentlich auch ganz gut weit gekommen. Ich kann mich schon das Mittel-Eck holen. Das hole ich mir... Ah, nee, kann ich mir doch nicht holen, was? Ach, Siege braucht man dafür. Ja, und die Siege kriegen wir mit dem Geld. Oh, hier ist ein Stern. Das sind 12 Dollar. Ein Stern? Hier, Starter-Eck. Okay. Holen. So. Oh, ein Doggy. Mein Gott, das ist halt gar nicht toll. Ist doch nicht schlecht so ein kleiner Hund. Ja, aber ich glaube, man hat jedes Mal... Guck mal, jetzt kann ich hier schön... Warte mal, ich nehme mal noch ein bisschen was mit. So, 200 Dollar habe ich jetzt und jetzt renne ich wieder. Ausrüsten. Zack. Oh. Jetzt habe ich den. Alter, jetzt komme ich gerade voll weit. So, guck ich hier mal ganz kurz. Wie, du kommst voll weit? Ich glaube. Auf einmal, oder was? Oh. Okay. 905... Ich kann mir jetzt noch ein Ei... Du holst jetzt ein Robux-Ei. Ich gucke nur gerade, was es da so gibt. 100% mal gucke, was es da so gibt. Du hast es doch gerade gekauft. Ich habe es nicht gekauft. Jetzt nur gucke, was es da so gibt. Na gut, okay. Also, ich kann mir hier das Start-Ei wieder kaufen. Oh, ja, sehr gut. Ich höre gerade mal ein Geldball an. Was hast du? Digga, mal ein Geldball. Guck dir den an. Was hast du gemacht? Du hast ein Robux-Ei gekauft. Oh, wie große Gold. Ja, aber ich habe auch das Schlechtere bekommen. Aber guck dir trotzdem mal, wie krass der ist. Na gut, dann kaufen wir jetzt auch ein Goldes-Ei. Oh, das ist so krass. Ein Wasser-Diamond. Ja, ich habe auch. Ja, habe ich auch. So, Alter. Das Ding ist so krass. Guck mal. Ich habe sogar zwei Geschenke. Fünftausend. Hä? Und jetzt? Oh mein Gott, stimmt. Alter, jetzt kriegt man richtig viel Geld. Sehr gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich glaube jetzt auch direkt los mit 2000. Los geht's. Was? Okay, warte, jetzt hier schön alles Mögliche einsammeln. Und jetzt? Gibt es hier mal einen Checkpoint irgendwo? Nee. Nee. Alter, man kommt richtig weiter mit. Ich weiß, ich weiß. Und das war's. Ich bin bis hier gekommen. Oh. Wie gedacht, ich habe es so bekommen. Oh, oh, warte. 3174. Ah. Es ist halt die Stats, wie weit du kommst. Das ist ja das Ding. Ja, selbstverständlich. Jetzt habe ich auch 2700 Stats gerade bekommen. Ey, nochmal so ein Doggy. Ich hole mir noch ein Dye. Und nochmal ein Doggy. Oh. Man kann hier sogar in den VIP-Bereich unlocken. Was ist das? Da, Alter. Aber kannst du rein, glaube ich, oder? Du musst ein VIP kaufen. Ah. Man, oh. Hätte ja sein, wenn du da was Gutes bekommt. Stimmt. So. Wie, was hast du hier gekauft? Ich habe nichts gemolken. Aber ich hätte ja sein können, dass du was krasses bekommt oder so. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir können auch gleich noch andere Sachen. Warte, wir können auch Rebirth, ne? Ja. Wir brauchen 25.000 Stats. Stimmt, 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 stimmt. Alter, es geht so ab hier gerade. So, ich sammle mir das ganze Geld ein. Ich frag mich gerade. In 40 Sekunden kommt ein Money Drop oben. Steht da. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da muss man auf jeden Fall jetzt ready sein. Das geht jetzt richtig ab. Wo kommt der? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Wo ist der? Und jetzt. Ah, eins. Ah, nee, es geht los, es geht los. Oh, los. Rennen geht los. Los geht's. Rennen. Ah, okay, okay, okay. Okay, man kann. Ich glaube auch, dass ich einmal Gneten kaufen. Aber ich kaufe 8 und Robux, das sind zu viel. Ich habe ja noch ein Haus hier geclaimt, okay. Und man kann im Shop auch so ein paar coole Sachen kaufen, okay. Auto-Rebirth und sowas. Oh, Gott. Ich bin jetzt schon bei 6.000 Stats gerade angekommen. Krass, ich bin gerade mal 4.700. Mit einem neuen Highscore sogar. Ja, man kann 5 Tiere sogar insgesamt auswählen. Ja, habe ich auch. Ehrlich, hast du? Ja, habe ich dich. Okay, warte mal. Dann kaufe ich mir jetzt das Ding ins Ei. Was holst du dir? Das Desert-Ei. Und? Oh, Gott. Eine Gazelle. Ich habe eine Gazelle gerade bekommen. Hast du dir irgendwas auch gekauft? Nee, wieso? Hast du dir was gekauft? Nee, ich frage nur. Ich gucke nur gerade mal hier, was es hier so gibt. Und hier gibt es nämlich für 99 Robux. Die Katze, die man sich holen kann. Hier gibt es einen Freespin. Nein. Zeig mal. Nichts. Ich habe einfach nichts bekommen. Oh, Mann. Guck mal unten. Guck mal unten. Ich bin auch hardcore schnell. Alter, warum bist du so schnell? Ich bin auch hardcore schnell. Was? Oh, mein Gott, ich knack sogar in die 100.000er Marke. Man kann da noch was spinnen sich gerade. Aber du knackst jetzt echt nicht in die 100.000er Marke, ne? Und? Oh, was passiert? Ich bin was Gutes jetzt. 100.000 geknackt. Alter. Digger. Was hast du bekommen? Ja, ich habe 100.000 geknackt. Das war so krass gerade. Alter. Was hast du bekommen? 100.000 Stats oder was? Ja, ja, ja. Boah, ich bin jetzt auch gerade 100.000 Stats gerade. aus dem Dings bekommen. Vom Drehen. Nein, ich bin bei Nothing. Ich dachte, ich kriege das Secret, Digger. Oh, mein Gott. Hattest du das gerade nochmal gekauft oder was? Ja, ja, ich habe hier nochmal geholt. Warte mal. Teleport New World. Ah, wollen wir zweieinhalb Millionen. Okay. Zweieinhalb Millionen. Ich könnte jetzt re-würfen, sehe ich gerade. Ich kann auch re-würfen, aber ich hol mir nochmal ganz kurz von dem Geld hier ganz viele Eier. Ich auch, ich auch, ich auch. Ich habe gerade nochmal hier. Zack. Oh, Axolotten. Habe ich hier so, habe ich auch. Golden Fisch. Okay, was gibt es noch? Hätte gar nichts gekostet bei mir. Axolotten. Ne, mein Geld ist weg. Wenigste kostet bei dir. Warte mal, ich kaufe lieber jetzt hier, muss ich mal ein Ei ver-tauschen. Ich glaube, es ist ein Anzeige-Bug. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie mein Geld dann verliere. 70.000. Okay, weil ich kann noch, ich muss ihn jetzt eigentlich nochmal holen können. Glaubst du, man verliert auch seine... Hä, ich kann doch gar nicht, jetzt kann ich gar nicht mehr re-würfen, sehe ich gerade. Oh mein Gott, Bro. Du musst 25.000 behalten, ne? 25.000 Stats. Ja, ja, das ist mir schon klar. Das muss ich nicht, sag doch. Muss ich nicht. Dann hole ich mir jetzt noch ein Ei, weil da steht ich noch 70.000. Ja. Das ist dreimal Axolotten. Okay, jetzt habe ich genau 35.000. Re-würfen, okay. Und verliere ich dreimal Axolotten. Was ist das? Evolve. Okay, und jetzt habe ich re-würfen. Was hat man jetzt? Alter, jetzt hat man einen viel krasseren Bonus. Echt? Okay, ich laufe los. Ist schon nicht schlecht jetzt gerade. Bam, überholen hier kurz, weil? So, easy. Das heißt, jetzt braucht man entspannt diese Stats. Was sind denn... Oh, da will ich mal einen trainen. Ne, ich will nicht. Ja, aber auch gar nicht. Was sind diese exklusiven Pets? Ähm, dann kannst du ja, glaube ich, schon richtig viel Robux dir irgendwie so Pets holen, glaube ich. Das ist ein Nyan Cat, sehe ich gerade. Okay, jetzt habe ich hier... Ich habe jetzt hier ein besseres Tier, habe ich jetzt so geraten bekommen. Okay. Äh, hier nochmal einsammeln. Zack. Warum bin ich eigentlich hier im normalen Bereich, bin ich im VIP-Bereich, wo ich hier sogar voll viel einsammeln kann. So, das ist hier schön, das ist das ganze Geld einsammeln. So. Was hast du hier gekauft? Okay, okay, ich habe hier tatsächlich die 10.000 Stats mir noch einmal geholt. Alice. Damit ich direkt gut rein starten kann gleich, ja. Meinst du mit deinem Rebirth oder was? Ja, ja. Genau, und jetzt geht es auch direkt los. Ich will nämlich direkt Platz 1 machen. Nächste Rebirth kostet einfach 100.000, ne? Ja. Ja, das ist zu teuer. Das ist richtig teuer. Das ist schon sehr, 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 sehr teuer. Was hast du für den Bonus unten? Das steht unten drüber, über diesen, äh, über dem Geld. Ähm, 3.200%. Okay. Was hast du? 4,1. Wieso hast du so viel? Weiß ich nicht, 4,1 einfach. Ich glaube, wegen diesem, weil ich eben drei Eier geöffnet habe, von diesen krassen. Von diesen teuren. Hä? Bist du VIP geholt, oder was? Bro, du sammest da drüben ganz alleine ein, kriegst doppelt so viel. Ja, ja. Ja, ja. Er holt sich VIP, ich glaub's nicht. Warum hast du denn so viele Dinge ins? So viele Prozente, Alter. Ich hab mir gerade sogar echt noch mal ein Tier gekauft. Du hast trotzdem noch 1.000 mehr. Ja. Ja, ich hab auch 5 EQUIPT. Hast du auch deine schlechten, äh, ah, ne, EQUIPT und dann wieder EQUIPT, die besten? Ja, klar, hab ich. Du hast dir irgendwas gekauft noch? Nein, ich hab auch die Nyan Cat, aber auch schon die ganze Zeit. Ah, du hast dir direkt am Anfang schon gekauft, oder was? Ja, also ziemlich am Anfang, ja. Also, der sagt einfach nichts. Er sagt nichts, okay. Nein, was heißt am Anfang so, keine Ahnung, nach 5 Minuten oder so. Was holst du? Was denn? Was denn? Du kaufst da gerade irgendwas. Ich hör das, so wie du redest. Ich hab nichts, ich hab nichts Gedingens. Du hast was gekauft, sag jetzt davor, was du dir geholt hast. Ich hab jetzt einen 4.500 Hab-Bonus. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Bro. Wie, was hast du dir geholt? Nochmal einen Spinne oder was? Ne, Spinne-Bot hab ich mir noch nicht geholt. Also, okay. Ich hab mir noch ein weiteres Robux-Tier geholt. Ein Robux-Haus-Tier. So, und jetzt hab ich... 1.000 oder was für eins? Oder nochmal die Nyan Cat. Äh, wow! Okay, 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 warte mal. Ich bin grad mega schnell. Wie groß ist dein Moneyball? Ähm, guck mal unten. Ähm, oh mein Gott, stimmt. Ist hier schon bei 20.000, 30.000. Alter. Alter, läuft bei dir ja. Alter, ich bin richtig schnell jetzt grad, ne? Und die fast 40.000 Stats. Ich glaub, ich hol mal nochmal einen Spin. Okay, sagst du nochmal finaler Spin gerade, oder was? Der Daily Spin. Der Daily Spin. Und... Ey, ich krieg 2.000 Stats. Das wär das schlimmste. Oh, wie schlecht. 99 Robux, die ich jemals mir geholt habe. Aber ich hab auf jeden Fall nicht wirklich viele Stats, leider. So, guck mal. Jetzt hier, zack. Boah, ich würd mir eigentlich schon gerne einen nochmal irgendwie so eine halbe Million Stats holen, oder so, ne? Das wär so geisteskrank. Aber was würd das denn bringen? Dann kannst du einfach laufen, dann kriegst du eine halbe Million Münzen sozusagen. Nein, das sind Stats, nicht Geld. Ja, aber das... Ne, achso. Achso. Stimmt, du hast recht. Ja, stimmt. Du kannst ja damit Eier kaufen, so. Ja, ja, okay, okay. Hier gibt's doch so ein Pro-Aids. Ich würd jetzt nochmal 9.000 Stats bekommen, okay. Aber ich hab auf jeden Fall dauerst du mir noch, bis ich das nächste Ding hab für Rebirth, hm? Ja, ja, bei mir auch. Obwohl ich mir richtig viele Pets geholt hab, ne? Hm, nicht schlecht. Trotzdem so lange. Ich würd sagen, nochmal finales Rennen, wer von uns beiden Scheller ist, oder was? Ja. Okay, bist du ready? Du sammelst, ich seh's doch. Ja, ich komme, ich komme. Ja, ist klar, komm. Nee, du hast doch eingesammelt die ganze Zeit, Digga. Let's go, du auch, hab ich genau gesehen. Jetzt komm jetzt. Sammel nicht mehr ein, ich bin hier am Rundschirm. Komm rein jetzt hier, Kasper. Los, los, los. Drei, zwei, eins. Los! Boah, du schellert dich. Hau rein, Bro. Du hast dir was geholt, du hast dir was geholt, Digga. Nein, ich hab eingesammelt. Wahrscheinlich wird's eben 8.000, als du aus dem VIP-Bereich kommst. Und das hast du aber immer 10.000 gehabt. 10.000 Geld. Ja. So, Prank. Hä? 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 Oh, ich kann nicht mehr lang, ich kann nicht mehr lang. Ich bin so, man kann so im Kreis laufen einfach. Oh, Mann, ja, ich weiß. Ach, schade. Du hast, du hast gewonnen, du hast weitergekommen. Und die 12.000 oder 15.000 Stats. Hä, 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 hä. Hä, hä. Yo. Oh, ho, 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 ho. Kasper. Oh, was geht ab? Guck dir mal die ganzen Münzen hier an, die wir einsammeln können. Oh, wir werden heute reich. Wir werden echt heute reich. Oh, 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 oh. Die ganzen Münzen, oh mein Gott. Und das Ding ist, denkst du, dass wir heute Millionäre werden? Oh, also ich hoffe es auf jeden Fall, ne? Wir können später, glaube ich, noch so Eier kaufen, das sind so Haustiere, dann kriegen wir noch mehr Geld, also, oh mein Gott. Ach, kriegen wir auch noch? Es wird heute so wild. Alter. Okay, guck mal, pass auf. Ich habe jetzt gleich schon 150 Münzen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe jetzt, oh. Ich habe jetzt gerade 130, ja, doch, doch. Okay, pass auf, der sagt mir, mein Rucksack ist voll. Ich muss jetzt einmal ganz kurz verkaufen. Aber mir auch. So, das heißt, hier, jetzt habe ich, oh. Ah, ich kann hier ein Ei kaufen, sagt er mir hier. Hier können wir zum Beispiel etwas holen. Damit können wir uns... Skills, die brauche ich noch nicht, die brauche ich noch nicht. Ich würde sagen, ich hole mir hier, guck mal hier. Oha, oha, Mann. Hier ist mein Zuhause. Hier noch, ach, hier kannst du dir Rucksäcke kaufen. LOL, wie cool. Also ich glaube, ich kann jetzt hier, oh. Ich habe jetzt, ich habe gerade heftige Münzen hervorbeschworen. Mit so einem Blitzschlag, das wollte ich gar nicht. Ach so, das hast du gekauft dann. Okay, pass auf. Ich kaufe mir erstmal einen größeren Rucksack, den kannst du dir auch kaufen, der kostet 450 Diamanten. Okay, dann mache ich, okay, direkt mal einen größeren Rucksack kaufen. Sehr, sehr gut schon mal. Jo, wichtig, wichtig. Und dann direkt wieder rein und einsammeln. Und ich glaube, irgendwo, was war der, Cosmos-Skill oder sowas? Guck mal hier. Genau. Hier können wir auch unsere, hier können wir auch noch, unsere tägliche Belohnung können wir hier noch abholen. Pass auf, ich habe jetzt hier so einen Cosmos-Skill. Wow. Okay. Alle Münzen in der Luft, die sammeln sich automatisch ein. Wie? Wie? Ja, du musst hier zu den Liederinnen und Speed-Skill auch nochmal ganz kurz, dass ich schneller werde. So. Okay, okay, ja, Speed ist auch wichtig, glaube ich. Ich glaube, ich kann jetzt, wie mache ich das jetzt? Wie kann ich, ah, wow, ich mache den Naruto-Run. Wie? Hey, ja, du kriegst dadurch voll. Oh, das geht aber nur für ein paar Sekunden, ne? Ja, ja, das ist nur für ein paar Sekunden. Aber das Ding ist, kannst du dir gleich sehen hier mehr machen. Aha, oh mein Gott, was passiert hier alles? Siehst du das? Oh, ja, ich sehe es, ich sehe es. Das ist voll heftig, ne? Aber ich kann jetzt auch wieder den Blitz hier machen. Ey, ich kann 2000 Münzen einsammeln. Du kannst 2000 Münzen einsammeln. Also, ich kann auch 2000 Münzen einsammeln. Im Rucksack, im Rucksack, weißt du? Ich kaufe mir auch gleich mal nochmal den Blitz. Den brauche ich auch auf jeden Fall. So, also ich habe jetzt 2000 Diamanten. Und ich kann es auf jeden Fall mal ganz kurz hier verkaufen. Ich habe jetzt 6000. Das heißt, ich kann jetzt hier, glaube ich, was kann ich mir jetzt kaufen? Kaufe ich mir jetzt einen Kosmos-Skill. Fire-Kosmos. Oh mein Gott, der Blitz ist auch echt stark, ne? Oder ist das hier? 2500. Hier, noch ein paar Münzen einsammeln. Sehr schön. Und noch einmal jetzt hier Fire-Kosmos. Ey, wir müssen auf jeden Fall unsere tägliche Belohnung noch hier abholen, ne? Hier, komm, ich gehe ran. Haben wir eine tägliche Belohnung? Wo bist du? Ah, erst wenn wir Level 3 sind. Welches Level sind wir jetzt gerade? Äh, ich bin jetzt gerade fast Level 2. Ich bin jetzt fast Level 2. Ich auch, ich auch. Ich wollte zum Beispiel Feuerball. Oh mein Gott. Das sehen wir leider nicht. Wie viele Münzen. Neu oder was? Das ist echt heftig. Oh Gott, hier sind einige Münzen, ey. Die geben vier. Hier, komm rein. Oh mein Gott. Ja, manche geben mehr, ne? Hast du gerade neue Münzen gefunden? Oh, jetzt geben alle vier Coins bei mir. Ja, aber wir auch. Stimmt. Was? Ich glaube, bist du Level 2 geworden. Vielleicht deswegen, ne? Ah, das kann sein. Ich kann mir vorstellen, das ist das. So, ganz kurz hier verkaufen. Jetzt habe ich hier 6.000 Diamanten. Ich würde sagen, ich kaufe meine Firma eine neue Geschwindigkeit. Ich verkaufe hier auch mal. So, weg damit. 10.000 Diamanten habe ich. Boah, jetzt kriegst du jetzt mal 6, wenn ich da durchlaufe. Sehr gut, sehr gut. Okay. 10.000. Ich mache jetzt hier wieder Feuerball. Pass auf. Oh, Alter. Oh, okay. Jetzt habe ich mir auch endlich mal den Feuerball geholt. Ey, wir müssen echt mehr diese Sachen skillen, ne? Ja, okay. Das ist echt wichtig. Oh, ich will mal ganz was wissen. Richtig stark hier. Mega-Ped steht hier, ne? Also, wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir auch Haustiere bekommen. Also, hier sind einmal Ranks. Ach, da ist der Blitz hier. So. Wir brauchen Haustiere. Die können wir später kaufen. Die geben dann noch Multi-Pier, weißt du? Aber die können wir erst später kaufen, sagst du, die Haustiere. Ja, das dauert das. Und du, ich gucke mal, hier zum Beispiel kostet ein Haustier 200 Robux. Das können wir uns doch eigentlich mal holen, oder nicht? Oh, stimmt. Oh, stimmt. Warte mal, hier drüben sind doch welche. Hier sind 400 Eier. Ja, hier sind welche. Hier sind welche. Hier ist ein Hühnerei. Das Hühnerei kostet 500 ja nur. Das mache ich, da kaufe ich mir. Ich habe es gekauft. 100 Robux. Okay, ich kaufe jetzt auch ganz kurz ein Hühnerei. Ein Schwein. So. Okay, es ist aber, ich kaufe mir direkt ein paar mehr. Ich habe eine Katze. Okay, ich kaufe mir auch direkt ein paar mehr. Ich mache jetzt drei Stück. Ich glaube, es lohnt nur, wenn du ein paar mehr hast, weißt du? So. Okay, okay, ich kaufe auch gerade. Noch mal ein Fisch. Noch mal eine Katze. Mann, ich will jetzt hier mal was Seltenes ziehen. Ich will auch was Seltenes. Mann. Ich habe einen Hund. Der ist selten. Nee, der ist nicht selten. Der ist nicht selten. Ich möchte die 1% Chance jetzt haben, Kasper. Mann, ich habe zwei Hunde schon. Ich will jetzt endlich. Oh, jetzt gleich kriege ich die 1% Chance. Super saub. Erstmal equippe ich die jetzt alle. Und, oh, die machen mal fünf. Oh mein Gott. Okay. Ach, man kann die. Die machen alle mal vier. Okay. Das heißt. Ey, ich bin kaufsüchtig oder so. Ich habe schon so viele gekauft. Ey, jetzt kriegen wir so viel mehr. Wir kriegen jetzt so viel mehr Münzen. Was? Ja, wir kriegen jetzt gerade richtig viel mehr Münzen. Das ist echt unnormal. Kann ich nur ein Haustier zur Zeit equippen? Nee, nee, drei Stück. Drei Stück kannst du auf einmal equippen. Ach, hier steht es. Okay, okay. Wieder eine Katze. Aber ich frage mich auch mal. Oh, ich habe einen Hund schon. Der Hund ist schon richtig weit gelevelt bei mir, ne? Ja. Okay, hier. Also, bei mir ist... Ich glaube, ich nehme mir dreimal einen Fisch wahrscheinlich, ne? Ich glaube, man kann die auch löschen. Nee, aber man kann 25 Stück haben. Oh, ich kriege 60 Münzen. Du kriegst 60? Oh, das ist viel. Ja, Mann. Ich kriege 60 Münzen. Wieso kriegst du 60? Was hast du dir geholt? Nee, nur mit diesem, weißt du? Oh, Backpack direkt voll. Ich habe einen Fisch. Hier hatte ich auch schon drei, vier. Ach so, aber ich glaube, der Fisch springt voll viel, ne? Guck mal, ich habe hier zwei Fische und einen Hund um mich herum. Ja, der Fisch springt am meisten. Ich habe nämlich auch den Fisch... Ich habe den Fisch... Ich habe den Fisch über fünfmal gezogen. Ich kriege jetzt 15 Münzen. Oh, jetzt kriege ich 90. Was? 90 sogar? Oha, mein Rucksack ist voll. Schon wieder voll bei mir. Ich habe schon... Ich habe 50.000 Diamanten. Was? Oh mein Gott, das geht richtig schnell auf einmal. Okay, ich hole mir nochmal kurz mein Daily Reward. Okay, pass auf, warte. Hier nochmal ganz kurz Blitz. Und nochmal geile Münzen jetzt hier am Start. Oh, Alter. Hier, nehmen wir alles mit. Ich kriege ja so viel. Oh mein Gott, das gibt so viel Geld. Pass auf. Schon wieder voll. Oh mein Gott. Ich habe jetzt auch 50.000 Diamanten. Also. Ich habe 70.000 schon. Was können wir davon kaufen? Du, 70.000? Ich kaufe mir jetzt erstmal einen neuen Blitz. Neuer Blitz ist wichtig. Ich hole mir hier Speed. 12.500. Und Speed kaufe mir noch einmal ganz kurz. Oh mein Gott, ich habe schon richtig dick Speed geholt. Ich habe für 25.000 Speed geholt. Ey, ich weiß... Speed bringt 120. Was? Okay, ich habe nochmal einen stärker. Oh mein Gott, ich brauche einen größten Rucksack. Ich brauche einen größten Rucksack. 115.000. Mein Rucksack ist zu klein. Oh ja, Rucksack brauche ich auch einen neuen. Ja, komm am besten mal ganz schnell hier hin. Und kaufe mir einen Rucksack für 6.000. Da hat man 13.000 Platz. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich bin gesch... Also, okay, pass auf. Lass gleich so dich anfangen, oder? Und. Drei. Zwei. Einfach wie zuerst voll ist. Los. Was? Was? Okay. Los. Wie zuerst voll ist. Von 13.000 Platz. 13.000. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, ich bin Level 5. Beschwörung. Ich bin Level 5. Oh. Ich auch, ich auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Beschwören. 2.000. Blitz, 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 blitz. Oh mein Gott. Wie viel hast du schon? Wie viel hast du schon? 10.000. Was? 10.000 Münzen schon? Ja, ja, fast, fast, fast. Was? Zack, zack, zack. Hier nochmal ein bisschen vorbei. Ja, meiner ist voll. Meiner ist voll. Was? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich habe jetzt 160.000 Diamanten. Uiuiuiui. Und ich kann mir auch jetzt hier den Daily Reward holen, der natürlich auch noch richtig viel bringt. Ne, dafür musst du glaube ich in so eine Gruppe beitreten. Ah, so ist das jetzt auch gerade. Okay. Okay. Hier nochmal ein bisschen. So, da ist das Ding auch voll. Ich kaufe jetzt mal ganz kurz hier den Astralkosmo, denn den neuen Thunder. Warte mal, was kostet hier das andere Ei? Okay, das kostet 100 Robux. Hier noch Skill Level? Okay, also ich habe jetzt hier erstmal astronomischen... Oh Gott, ich wollte mir gerade einen Speed holen für 250.000. Für 250.000? Ja, wollte ich mir gerade holen, aber hat er nicht genug Geld. Okay, warte mal, ich muss mir nochmal, glaube ich, einen Rucksack holen. Bei den ganzen Münzen, die ich jetzt, glaube ich, gerade bekommen. Ja, ja, ich habe 97.000. Ja, okay, das geht ja klar eigentlich. 37.500, jo. So, Abfahrt. Ich bin Level 6 jetzt sogar schon. Ey, hier kannst du auch noch ein Ei kaufen, ne? Aber es sind so Spezialeier. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. So, und jetzt... Oh, oh, oh. 3000 Münzen nochmal bekommen. Hier, kurz regnen lassen. Ich glaube, wenn man Donner zuerst macht und dann die Münzen hochmacht, kriegt man, glaube ich, am meisten Geld, ne? Oder irre ich mich da? Meinst du? Ich könnte es mir schon vorstellen. Wir können es auch hier teleportieren, ne? Was teleportieren geht auch. Ich mache auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Speedrun. Kann ich teleportieren? Ah, wir haben noch keine verschiedenen Zones freigestaltet, okay. Ich hole mir auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Dinge. Guck mal, hier steht, was du hast. Guck mal, hier. Wenn du dreimal, wenn du fünf normale Tiere ziehst, wenn du die fünfmal ziehst, kriegst du einschein. Okay, dann ziehe ich einfach nochmal ein paar Tiere, ne? Digga, ich ziehe erst mal, glaub mal, ich ziehe erst mal 100 Tiere raus. Ich habe ein Schwein. Ein Schwein ist nicht schlecht, glaube ich. Da habe ich schon zehn Stück. Katze? Ich will jetzt mal was seltenes ziehen hier, Mann. Schon wieder ein Fisch. Wieder ein Fisch? Aber ist doch gut, ne? Wenn du einen Fisch hast. Digga, ich habe bestimmt schon 20 Fische oder so. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wieso. Was habe ich denn? Ich habe jetzt... Oh, ich kann meine Katze Evolve. Zusammenfügen? Wie geht das? Ja, wenn du davon fünf Stück hast, dann geht das. Ja, wo drücke ich drauf? Triple oder was? Ja, genau. So, Fisch habe ich schon wiederbekommen. Es kostet 99 Euro. Nein, nein, du musst recht auf die Pfote gehen. Recht auf die Pfote gehen. Und jetzt kann ich meinen Fisch, glaube ich, auch dingsen. Genau, jetzt kann ich meinen Fisch auch Evolven. Oh mein Gott, vielleicht kann ich da 10.000 Sachen schon... Equip. Und jetzt muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Glück haben. Ah, hier Evolve, ne? Ja, genau. Ah, lol. Cool. Wieder ein Fisch. Das kann euch angehen. Ich möchte mal das Seltene jetzt haben. Was ist das Seltene? Ein Prozent Chance. So, wieder ein Hund. Ich brauche hier unbedingt wieder Fisch. Ich werde mir jetzt erst mal ein paar Mal die Eier holen. Sag nicht, wie es ist. Ich brauche jetzt erst mal ein paar Shinies. Ja, also ich mache jetzt auch erst mal ein paar Shinies. Wieder ein Fisch. So. Guck mal ganz kurz. Ich kann jetzt hier zum Beispiel so die Katze auswählen. Ich gehe wieder was, die Wolken, ja. Aber ich frage mich jetzt gerade. Ich habe schon zwei Shinies. Wie viele Shinies brauche ich, um einen Rare zu bekommen? Drei Shinies nur. Drei Brausen, dann hast du einen Dämonischen. Oh mein Gott. Okay, okay, dann habe ich das gleich. So. Okay, ich brauche noch ein paar Fische dann. Ich glaube, mir fehlen noch ein Hund. Und dann mal auf jeden Fall mal... Oh, hier, guck mal da. Hast du dann auch schon drei Shinies? Also ich kann, wenn ich jetzt gleich ein Hund habe, dann kriege ich glaube ich ganz, ganz gute Sachen wieder. Okay, okay. Aber ich habe wieder ein Schweinchen bekommen. Das ist aber ganz gut, weil Schwein ist so ungewöhnlich. Okay, Hund. Warte mal. So, ich mache die jetzt zusammen hier. Ich brauche noch ein paar Fische. Wolfen. Und dann habe ich jetzt goldene Hunde. Und mache jetzt ganz dafür das hier. Oh, ich habe was selten. Das gibt es, oder? Doch nicht. Ein Hasen. Ich dachte, der wäre selten. Schade. So, und jetzt. Oh, ich kriege jetzt schon viel, viel mehr Münzen. Nee. Noch mal ein Hasen. Okay. Nee. Nee. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Alter. Und wieder so ein Hund, Mann. Okay, das Ding ist, wir sind sogar gleich schon Level 10. Also ich glaube, ich bin gleich schon Level 10. So hier. Was? Ich bin Level 5 noch. Wie kannst du denn schon Level 10 sein? Ich bin Level 6. Ich bin Level 6. Okay, nicht schlecht. Hier, Katze Evolven. Ich brauche nur noch, wie viele Fische brauche ich denn? Ich brauche noch 3 Fische. Okay. Whee. Okay, also mein Rucksack ist glaube ich jetzt schon wieder voll. Wie passt denn dein Rucksack mittlerweile rein? 32.000 auf? Genau, 32.000. Jetzt kann ich hier wieder upleveln. 250.000 für den Obsidian Speed. Dann noch einmal 500.000 für Cosmo. Ey Mann, ich ziehe gerade so viele Eier am Rockso. Oder 7.000. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ich habe schon 10.000 hier gelassen. Und wieder an Hund, Mann. Ich glaube, du verschwellst deine ganze Zeit damit. Ich glaube auch. Ja, endlich ein Fisch. Noch 2 Fische. Ich brauche nur noch 2 Fische. Dann habe ich 3 Shiny Fische. Alter, ich muss einmal nur durchsprinten. Oh, schon wieder noch ein Fisch. Ja, ich kann mir jetzt glaube ich Cosmos holen. Das heftige, äh, heftige Skillding. Ja, den Cosmos Ball. Oh, ich werde echt gespannt gleich. Ich muss noch einmal ein Fisch ziehen. Dann habe ich einfach einen Shiny Fisch. Einen Shiny Fisch? Oha. Äh, nicht einen Shiny, sondern einen Ultra Rare. Oha, hier Dings, diese, in Dunkeln. Weißt du? Ah, okay, ja. Ich weiß, was du meinst. Und da bin ich echt gespannt, was der mir gleich geht. Ich habe jetzt einmal den Einhorn-Rucksack. Der ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und dann... Ja, auch nicht schlecht. Voll durchlaufen. Yeah. Oh, hier? Yeah. Alter, das geht ja mal übertrieben ab. So. Ey, Mann, wie viele soll ich denn hier noch öffnen, Mann? Oh, oh, oh. Oh, 4.000 einmal dafür bekommen, ne? Oh, 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 oh. Das hat wieder gedonnert. Okay, jetzt habe ich so die Katzen. So, zack, und... Oh, komm, komm, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Ja, ich habe ihn. Hast du eigentlich einen Fisch bekommen? Was hast du, Dämonen, oder was? Ich habe den Fisch gezogen, ich evolve und jetzt habe ich drei Shireneys. Jetzt kannst du die auch noch evolfen. Ich habe ein Ultra Rare Ding. Und was bringt der? Wie viel extra bringt der? 12x. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, der gibt richtig gut, ne? Okay, das ist heftig. Ich habe alle equipped, jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich... Oh, Gott, ich hoffe, sich das gelohnt hat. Ich kriege 300 Coins, oh, my God. Was? Uh, holy moly. Ja. Na, da kriege ich 600. Wie, du kriegst 600? Da kriegst 600. Ein bisschen was schon gekauft. Ich habe jetzt zwei Millionen Diamanten. Und nehme jetzt hier... Oh, das passiert. Hä, wieso, wie kriegst du denn 600? Wie kriegst du denn mehr als ich? Ja, ich habe halt gut investiert. Ja, wie gut investiert? Das hat ja gar nicht gelohnt, dass ich das die ganze Zeit gemacht habe. Klar. So, ich habe jetzt den neuen Blitz, den habe ich jetzt. Ach so, okay, du hast da das gekauft. So, ich bin jetzt auf fast Level 10. Uh, jawohl. Ich bin Level 10 geworden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und einmal nochmal hier. Zack, der Donner. Ja. Uh, so. Alter, ich habe gerade so viel bekommen, ne? Ich habe gerade so viel bekommen. Und die andere Spezialattacke hier. Lass die Münzen schweben. Sehr gut. Okay, das Ding ist, ich habe jetzt da Level 10 freigeschaltet. Das ist schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ja, ich gehe auch gleich noch auf Level 10, ne? Ich level hier gerade ohne Ende. Dann sind wir bei Level 10, das wäre doch cool. Das wäre echt mega, mega cool. Oh, ich habe 740.000 Diamanten, ne? 740.000. Oh mein Gott. 740.000 Diamanten habe ich. Und für 500.000 habe ich mir gerade Kosmos geholt. Halt. Oh, das wird gleich richtig dick gehen. Ich weiß auch ganz kurz den hier. Harte. Ein Hornrucksack wird eingekauft. So, ich kaufe mir noch einen. So, ich habe jetzt... Oh mein Gott, so viele Münzen. So viele Münzen. Echt? Kriegst du richtig dick? Ja, ja. Okay, ich sammle wieder ein hier. Jetzt bin ich auf den Kosmos gespannt. Ich habe jetzt 2,3 Millionen. Ich kann jetzt einmal ganz kurz einen Blitz machen. Zack. Und direkt Kosmos hinterher. Ich kriege 6.000 Münzen einfach für diese Kosmos da. Für den Kosmos. Heftig, ne? Mann, ey. Wir müssen hier so lange warten, Kasper. Ich weiß. Oh mein. Einmal zum Arzt, sag mal. So viele sind noch vor uns einfach, ne? Ja, wie viele sind vor uns? Ich will jetzt mal kurz gucken. Oh. 5.267. Was? Und alle schreien Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wieso Hilfe? Ähm. Okay. Ich glaube, weißt du was? Lass uns lieber hier wieder nach Hause gehen, okay? Komm. Okay, 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 okay. Aber hast du eine Sache gesehen? Und zwar unten links. Wenn wir nämlich so Notizen einsammeln. Oh. Ich hätte hier irgendwo direkt schon eine vergessen, weißt? Das hier irgendwo scheinbar ist. Das sind Rechnungen. Stimmt, 10 Stück. Genau, genau. 10 Rechnungen. Ist hier irgendwo eine? Ne, oder? Ich habe einen Termin um 12. Ich würde gerne wahrnehmen. Ist das noch frei? Hallo, du hast 5.267 Patienten vor dir. Was denkst du denn, Kasper? Na gut, na gut. Wahrscheinlich ist es nicht mehr frei. Hier ist eine. Wie kommen wir dann hier ran? Ach so, okay, gut. Also echt, Digga. So ein Pranker geht nicht los. Ja. Ja, und denk dran, ne? Da werden auch deine Tode gezählt unten. Also du kannst hier nicht cheaten oder so. Oh. Stimmt, ja. Hallo? Ne, wir müssen hier oben durch den Lüftungsschacht einfach nur. Oh, man muss aufkicken. Oh, Hilfe. Ach, Mann. Oh, aber egal. Ich habe aufgemacht. So, okay. Ah, so sehen die Rechnungen aus. Sie sind also eigentlich nicht so schwer zu übersehen. Hallo. Wieso schaffe ich den Sprung hier nicht? Und? Ach so. Zack. Okay. Die erste Rechnung habe ich jetzt eingesammelt. I broke the last bridge, oder? Ne, okay. Ich dachte, das ist so, Alter. Nein, ganz mal, ganz maler Dingens. Einfach nur ein Weg? Oh Gott. Okay, komm. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir den Weg gegangen sind, um hier reinzukommen. Ne, ich auch nicht. Also ich will eigentlich nur den Arzt finden. Ich will lieber wissen, dass viele Patienten sind. Das ist ein bisschen anders aus, ja? Okay, dann komm, lass mal hier. Mal gucken. Oh. Hier weitergehen. Also echt. Also echt. Digga, ich dachte, wir hätten genau das Gleiche. Und dann dachte ich so, okay, komm, wir machen noch. Ganz toll, Alter. Jetzt habe ich einen Tod. So, weiter geht's. Ja. Hier sind auch noch weitere Dinger. So Medizinkästen. Hier so riesige Med-Kids, ne? Alter. Pff, Digga, also wirklich. Das ist ja nicht gerade passiert. Ich bin doch müde. Spielst du mit deinen Füßen, oder was? Ich glaube, der spielt mit deinen Füßen. Ja, mit seinen Füßen, glaube ich einfach. Ich bin Profi, weißt du doch. Okay, hier runter. Okay, dann haben wir. Oh. Hier, guck mal. Wir nehmen die Rechnung. Zack, die nächste Rechnung. Sehr gut. Die können wir vielleicht erreichen. Schon auch gerade, die Krankenschwester wird in Kürze bei dir sein. Okay, ja, gut zu wissen. Ehrlich? Okay, sehr gut. Das ist natürlich optimal zu wissen. Was ist das? Sind das Marshmallows? Ich glaube, ja, oder? Ich glaube schon, ja. Okay, jetzt gehen wir kurz mal hier lang. Ganz vorsichtig. Irgendwieder runtergefahren. Dann können wir hier schön hochgehen. Sehe ich jetzt gerade mal hier schön. Jawohl. Okay. Okay, sehr gut. Ja, uh, hier sind sogar Liegen für uns. Sehe ich gerade. Sieh, was ist denn das hier für ein leuchtendes Material? Oh mein Gott, guck mal hier eine Kettensäge. Das brauchen wir doch nicht beim Arzt eine Kettensäge. Ne, ne, ne. Ich glaube echt nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen so Horrorarzt oder so. Okay, dann. Okay, raub auf die Liege. Ja, und? Ey, bei mir ist die noch voll weg, die Liege. Also echt. Trinkt aber auch nichts. Du hast schon drei Tode. Du hast mehr Tode, als du Rechnungen hast. Mann. Also die Liege dauert ja ewig, bis die kommt. Ich will kurz mal ein kleines Eisbad nehmen hier. So. Okay, jetzt nochmal abkühlen. Und jetzt, die Liege ist am Start. Okay, okay, okay. Probier mal dein Glück. Probier mal dein Glück. Wieso? Was ist denn? Hä? Das ist übelst schwer, da mitzulaufen vom Tempo, du nicht? Und dass du da runterfällst. Bro, ich finde es übelst schwer. Ich bin schwer draufgegangen. Als ob. Also ich habe den fest geschafft. Hä? Wie kannst du das easy hinbekommen? Ich finde es hart kurz schwer. Ich warte ganz gut hier auf dich. Ich habe mir hier sogar noch einen Sessel geholt. Ich habe geskippt, Digga. Jetzt bin ich ganz woanders, Bro. Ey, was? Warte, noch eine Rechnung, die ich hätte einsammeln können. Das gucke ich jetzt. Ob hier noch eine Rechnung irgendwo ist. Bitte nicht. Ich dachte, ich skippe und komme zu tief hier. Ja, hier ist einer. 3 von 10. Was ist das? Tja, mein Kollege. War da echt noch eine? Ja, klar. War eine Rechnung. Kannst du da nicht hochgehen jetzt? Ja, komm. Dann geh mal her. Warte. Lass mich auf deinen Kopf springen. Vielleicht kriege ich das dann noch. Wir können nicht. Wir sind durchsichtig. Natürlich geht das. Komm doch her. Das geht doch. Geht doch gerade. Nein. Du kannst nicht auf deinen Kopf springen. Aber ich kann hier rauf springen. Hä? Ich bin ja echt einfach durch. Hier ist ja keine Rechnung. Der größte Prank im Leben einfach. Das war der größte Prank im Leben gerade. Tja, es kommt davon, wenn du Außersehens skippst. Ja, Außersehen. Was soll das heißen, hä? Alter, Hilfe. Geht durch. Oh mein Gott. Okay. Was? Oh nein. Ja, du hast die Rechnung nicht gesehen. Hilfe. Du hast die Rechnung nicht gesehen. Wie meine ich nicht. Hä? Da war keine andere Rechnung. Wie bei den Stühlen. Wie bei den Stühlen. Hä? Da war keine Rechnung. Da war eine im Busch. In so einem Busch rechts. Also Kaspar, ich glaube, ich habe noch nie so einen schlechten Versuch gesehen. Okay. Wahrscheinlich kommen zwei Rechnungen direkt hintereinander. Okay, pass auf. Ich gebe dir die Schöpfung. Du kannst kannst schnell zurück. Du kannst kein Schöpfung zurück. Ich sage dir, ich sage dir, ich habe eben alles abgecheckt. Da war nichts. Bro, ich habe sie eingeladen. Die hing im Busch. Sie hat noch eine ganze Zeit gefunkelt. Du hast sie kaum gesehen. Ich habe sie eingesammelt. Wie viel hast du denn? Dann träum weiter. Dann träum weiter. Ich habe vier von zehn. Dann träum weiter. Hä? Wie hast du denn vier von zehn? Hä? Wieso? Ich habe auch vier von zehn. Hä? Achtung. Dann musst du sie ja eingesammelt haben im Busch eben. Hier muss man, ah, hier muss man es heben, oder was? Ja, ja, ich glaube ja. So. Achtung, was die Rollstuhl jetzt hier vorbeikommen? Nein, ich glaube, wir laufen auch im Kreis gerade. Wir müssen irgendwo hin. Hier. Ah, hier. Okay. Okay, macht Sinn. Das war natürlich ganz viel Sinn. So, hier ist noch eine Rechnung. So, richtig. Let's go. Und dann haben wir hier oben vielleicht wahrscheinlich noch irgendeine andere Rechnung oder so, ne? Ich hoffe mal. Nichts ist jetzt hier irgendwo einer übersehen. Hier irgendwo. Guck gerade. Ach, Mann! Runtergefallen. Halt's auf. Ich muss hier dann ganz unten, Digga. Trackpoint. Also, ich frage mich jetzt gerade, hast du die Rechnung, musst du hier eingesammelt haben dann eben beim Busch, ne? Bei den Stühlen? Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Ah, ja, okay. So, jetzt hier. Oh, hier sind richtig krasse Kettensägen oder sowas. Kettensägen? Da bist du schon. Oh Gott. Wie nennt man das nochmal? Eine Säge einfach. Ja, hier so eine Stichsäge oder wie das heißt. Lass dich bloß nicht kaputt sägen, ne? Ich habe mich leider direkt zersägen lassen. Oh Gott, oh Gott. Dann geht es jetzt hier hoch. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Und durch. So. Ich warte mal hier auf dich. So, ich komme auch schon. Oh Gott, oh Gott. Die sind zu gruselig, die Sägen hier. Okay. Also, ich bin schnell vor dir oben. Vor dir oben bin ich mit dem Trampolin. Oh ja. Okay, okay, okay. Vor dir. Wie du dich da noch hingeschlemmt hast, damit ich dich nicht sehe. Ha, ha, ha. Mega, unglaublich. So, Achtung, hier kommen ein paar Tropfen, ne? Iiii. Uah. Zum Glück ausweichen. Einfach außen rumlaufen. Ekelhaft. Ohne Probleme hier. Ich habe immer noch keinen einzigen Tod, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Krass. Krass, okay. Wir sind auch immer gut unterwegs heute. Was haben wir jetzt hier? Was ist denn das? Oh mein Gott. Alles gut. Alles gut. Noch nichts da oben. Alles gut. Ja, ja, ja. Okay. Dann, äh, ja. Wie fast jetzt? Ich habe sechs und zehn jetzt gerade. Wie viel hast du? Fünf? Du hast denn jetzt einen sechsten eingesammelt? Äh. War da oben einer, oder was? Ja, klar. Und du hast es gerade selber verraten. Nee. Aber du hast gesagt, du hast fünf von zehn. Alter, wer macht denn hier das, äh, das Gehirn so kaputt? Denk mal, das ist hier der Arzt, ne? Der Arzt. Du kannst auch auf diese Lieder, auf diese grünen drauf, äh, draufspinnen kannst du, ne? Ah, okay. Ja. Pff. Der erste Tod, ich glaube es nicht. Ja, ich habe nur ein Experiment gemacht. Ich habe nur ein Experiment gemacht, zum Glück. Das Glas, das Glas, das Glas. Hast du doch gesehen. Jetzt kriegst du nicht mal mehr ein Abzeichen mit null Ton, äh, hier geworden. Brauche ich auch nicht. Immerhin habe ich weniger Tode als du, von daher bin ich damit zufrieden. Ja, und? Wie warst du denn? Du hast fünf Tode? Sechs? Mehr. Mehr. Mehr? Mehr. Was war das denn gerade? Noch ein, noch ein direkt hinterher. Was war denn das? Die Atmung kommt durch Spritzen, du darfst hier nicht aufgespritzt werden. Achso, ich habe die gar nicht gesehen. Du musst aufpassen. Oh Gott, die ist auch voll schnell, die spritzen sich gerade. Ja, ja, da musst du richtig vorsichtig sein. Okay. Hier geht es weiter. Oh. Oh mein Gott, gut, dass ich damit genommen habe. Das Gehirn ist ja übel. Ah. Direkt das zweite Mal, Alter. Das dritte Mal. Das vierte Mal. Oh mein Gott, fünfte Mal, Bro. Bro, jetzt sammelst du aber auch ein, die Tode hier. Was ist das für ein Ding? Ein Gehirn. Nein, nein, da schwimmt irgendwas. Das bewegt sich die ganze Zeit richtig schnell. Ja, da musst du rauf. Oh Gott. Oh, weiter, weiter, weiter. Okay, ich bin drauf. Du hast doch kein Gehirn. Das ist doch irgendein, irgendein Viech oder so. Alter, hier kommen richtig krasse Spritzen. Jetzt gerade wieder, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier lang. Ja, ich sehe es gerade. Da muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich erwischt werde von denen. Okay, komm jetzt mal zurück jetzt hier, diese Teile. So. So, die Insel. Alter. Das ist schon mal ein bisschen schwieriger jetzt hier auf jeden Fall. Okay, jetzt fahre ich gerade auch hier so durch mit den Dingern. Oh Gott, oh Gott, die Spitzen sind an Krisen, ne? Okay, die Spritzen ist echt schon voll cool gemacht hier, ne? Ja, safe und Endspurt. So, er muss sich hier noch warten, oder was? Sehr gut. Auf einer. Okay, sehr gut. Danke. Alter, hier geht es echt voll schnell. Ich weiß. Voll gut, voll gut. Man muss immer so rumfahren, sagen, um die Spitzen. So, links fahren. Jetzt fahre ich gerade aus. Jetzt fahre ich rechts. Okay. Wie siehst du das? Optimal. Ah, schon cool hier. Oh mein Gott, Bro, wir schrocken gerade, Alter. Was hast du gemacht? Die fahren runter auf einmal, diese Teile. Pass auf, die halten nicht lange. Guck, bei mir ist da noch gar keine, wo du das gerade bist. Ah, das sind voll viele. Oh Gott. Oha. Ja. Hä? Wie? Oh, du musst rechts rumgehen. Oh, jetzt. Rechts rum ist der einzige Weg. Ja, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Ganz rechts. Oh. Wackeln die voll, bevor die einfahren, oder was? Nee. Ja, ich glaube schon. Dann hier an den Segen vorbei. Digga, du bist so unkorrekt, Digga. Das ist unglaublich, Alter. Was ist denn? Ich habe gerade geguckt. Du sagst, du musst rechts rumgehen. Rechts ist der einzige Weg, Digga. Da war noch eine Rechnung unterwegs. Digga, wie kann man so hardcore unkorrekt sein, Alter. Guckt die euch an, Leute. Ah. Alter. Bro. Den hätte ich fast übersehen. Ich bin eigentlich noch mal unkorrekt. Bro, ich bin nicht unkorrekt. Natürlich. Nein. Nein, will ich nicht. Na klar. Du wolltest, da meintest du rechts rum ist der einzige Weg, Digga. Großer Prank. Du sagst, ich bin unkorrekt. Boah, absolut unkorrekt. Du hättest mir nicht gesagt, hätte ich ihn vergessen. So was ist nicht unkorrekt. Das ist unkorrekt. Ich will auch das Abzeichen bekommen. Was hast du gemacht? Was hast du da gerade gemacht? Was hat... Oh nein. Ich sehe dich da hinten doch schon... Bro, wallbang. Bro, nein. Was hast du denn gehört zu dem Gewehr, oder was? Ja, vielleicht. Unglaublich. Ich habe jetzt meinen Ausgang gerade. Sehe ich gerade. Was passiert denn jetzt hier? Weiter, weiter, weiter. Bro, doch nicht so kurz vorm Checkpoint. Das vierte Mal, dass ich das jetzt laufe. Wo bist denn du? Ja, ich glaube, ich bin jetzt sauernd nicht mal geschafft, Digga. Bro, wie du mich noch schrubsen wolltest. Und ich sehe gerade was anderes. Wo bist du denn? Ich bin unsichtbar. Ja, jetzt kommt es den Geistmodus, den langweiligsten Modus. Ich bin unsichtbar. Oh mein Gott, ich finde es aber übelst schwer hier gerade. Bro. Bist du dich geholt gerade? Ich bin mir gerade ab. Nein. Ah, ich check gerade. So, jetzt hier schnell auf den Knopf drücken. Oh Gott. Heavy auf den Knopf drücken. Jetzt rüber auf den Knopf drücken musst du doch. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Hast du eben nicht geschafft? Ach so, du musst noch weiter rechts laufen. Ah, du hast das gemacht. Wo bist denn du jetzt überhaupt nicht? Ich sehe dich gar nicht. Du bist da oben bei einem Band schon, Digga. Was musst du denn so schnell? Das ist ja wirklich unglaublich. Ja! Du kommst hier nicht vorbei. Wo bist du? Ich bin längst beim Checkpoint, Digga. Du bist so blind. Ich sehe dich nicht. Oh mein Gott. Ich bin hinter dir. Jetzt ist es wie nicht. Ich war noch nicht alles bei seinem Checkpoint. Und jetzt bin ich. Alter, hier war ein Checkpoint. Alter, ich stand die ganze Zeit oben ohne Checkpoint. Okay. Jetzt müssen wir. Alter, wir sind endlich dran. Wir sind dran. Ah! Oh mein Gott, was ist das denn? Ah, die ist hinter mir. Die ist hinter mir. Lass mich in Ruhe, Granny. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Granny, lass mich. Oh Gott. Ich habe Angst vor ihr. Hast du es geschafft? Nein. Ja, ich gucke auch noch die ganzen Türen durch, ob da noch irgendwo ein Geheimraum ist. Weißt du? Wegen Dings. Wegen den Rechnen. Hä? Ich war beim Raum schon bei dir. Ehrlich? Was ist das denn? Ja, und du hast mich einfach geholt trotzdem. Jetzt schon wieder. Hat sie dich geholt, oder was? Ja, die holt mich ganz klar. Was ist mit der? Ich habe dich gerade geholt. Oh Gott, das ist doch. Ich dachte an der Tür, habe ich die ganze Zeit geschlagen. Oh mein Gott, Digga, ich glaube es nicht. Du bist genau in den Moment bist du reingegangen. Bro, schon wieder hast du mich geholt. Digga, immer auf, das ist vierte Mal schon, oder so. Okay, 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 ich gehe es hier nach unten. Oh mein Gott. Was ist da? Alter, hast du dich schon unsichtbar gemacht? Du hast es gesehen, was du gemacht hast. Ja, ich weiß auch nicht, wie es weggeht. Ja, deswegen. Das hast du schon mal gemacht. Ich weiß, ob du es sehen. Also, das kann ich angehen hier jetzt hier. Oh mein Gott. Was ist das? Wo sind wir denn hier gerade? Das sieht übelst ewig aus auch. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Wo bin ich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Angst hier. Krass. Hier sind so Tiger. Sie dich halt nicht mal. Das heißt, du bist so viel zu weit weg, oder was? Ich bin jetzt gerade losgeschwommen. Ah, hier ist eine Rechnung. Achso. Achso. Ja, die meine ich auch. Die meine ich auch. So, hier rum. Alter, die ist doch schwer zu sammeln. Acht von zehn. Oh, die muss dann voll krass tauchen. Vorsichtig. Du musst hier die nächste Rechnung. Wo ist denn die? Hä? Wie soll man denn da hochkommen? Es gibt nur eine da. Wow, Bro, wie schwer. Wie schwer. Mega, man muss da so voll krass nach oben tauchen. Wieso sehe ich mich auch nicht? Ist voll schwerer so. Ja, ich weiß auch nicht, was du gemacht hast. Checkpoint, okay. Jetzt kann ich mich zurücksetzen. So, zurücksetzen. So lange, bis ich mich sehe. So, da bin ich doch wieder. So, easy. Und jetzt muss man jetzt lang. Ich gehe nach oben. Ah, hier muss man durch. Ah. Ah, da bist du auch wieder. Jetzt sehe ich dich wieder. Sehr gut. Ja, endlich mal, sagen wir mal, nach 10 Jahren. Ja, gar nicht. So, ich würde sagen, direkt durch. Ich muss aber auf die Rollstuhl auf. Ich sehe da hinten auch schon eine Sache, ne? Oh mein Gott. Ich sehe da eine Sache. Ja, ja, okay. Ja, ich komme. Ich sehe da die letzte Rechnung. So. Oh mein Gott, Bro. Vorsichtig. Das ist die letzte Rechnung. Ganz vorsichtig. Hier sind ganz viele. Mega. Ja. Also, jetzt sind wir ehrlich, Alter. Endlich 10 von 10. Wir haben alle 10 eingesammelt. Boom. Rechnungen, Rechnungen. Geil, geil, geil. Danke für deine. Meine Schmerzen stehen da. Oh mein Gott. Finaler Kampf. Oh, jetzt geht's ab hier. Alter, was hatten die für einen Roboter? Alter. Was ist los bei der? Was ist denn das? So ein Gehirnroboter. Oh mein Gott, schieß auf die. Absolutes Superhirn oder so. Ja, pass auf, pass auf. Oh mein Gott. Aua. Die macht voll Schaden, Alter. Die ist voll gut. Wir haben gar keinen Schaden gemacht. Sollte mich getroffen mit dem Gehirn eben. So, aber jetzt. Alter, die ist schon halb down. Die ist schon halb down. Tja, was machst du jetzt? Hä, du gruselkrankenschwester. Geht keine Chance. Du stinkst. Geht absolut keine Chance. Und kaputt. Yeah, 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 yeah. Digga, die haben wir ja komplett besiegt. Oh, ey, oh. Let's go. Die haben die so geholt, ne? Sehr, sehr stark. Alter. Die haben wir einfach alles geschafft. Wie viel Abzeichnis hier gibt. Yo. Wir sind entkommen. Nur nach Hause jetzt. Los. Ab nach Hause. Oder können wir hier aus den Dings noch raus hier? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein, wir müssen hier warten auf unsere Mutter. Na gut, dann warten wir halt auf unsere Mutter hier. Kein Problem. Kaspar, was hängst du denn da an der Wand? Du bist abgeleckt von der Zunge oder was? Von dieser goldenen Zunge? Ich habe eben draußen was gesehen. Und zwar eine Riesenzunge. Die wollte mich aufessen. Wie? Da draußen? Die war so groß. Bro, ich sag's dir. Ich weiß, du glaubst nicht, aber die war so groß wie so ein Schulbus. Alter, es ist ja richtig dunkel hier, sehe ich gerade. Es ist ja richtig dunkel hier. Stimmt, Alter. Guck mal, hier können wir rein. Hier ist ein Schlüssel. Oh, aber wir haben Schraubens hier. Ja, zeig mal ein blauer Schlüssel. Guck mal, ich habe einen blauen Schlüssel gerade bekommen. Oh, ich auch. Okay, komm, lass dir mal ins blaue Türschloss geben, oder? Ist er vorne bei dir, oder was? Ja, hier lang, glaube ich. Nee, andere Richtung. Links hier, links, 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 links. Ja, ja, ja. Ich glaube, da lang. Also, ich habe das Gefühl. Wir gucken mal, den Weg zu finden. Ja, ich habe das Gefühl. Also, ich hoffe, du siehst ja nicht diese riesige Zunge. Alter, er guckt aufs Richtig Zone. Ich sehe ja gar nichts hier. Ist so voll dunkel. Stimmt, es ist echt dunkel. Hier ist eine blaue Eins. Nee, eine grüne Eins ist bei mir. Bei mir ist blau. Oh, hörst du was? Was denn? Ist ein Zahn? Hier ist nochmal Verrock. Zahn einsammeln. Oh mein Gott. 1 von 14 Zahn. Was? Was kann man hier reinmachen? Oh mein Gott, da muss man irgendwas reinmachen. Okay. Den Core oder so? Ja. Okay, dafür müssen alle Lichter an sein. Ah, wir können die Lichter anmachen. Ah, ich habe auch ein Stromkabel auf dem Boden gesehen. Locker müssen wir das irgendwo verfolgen, oder? Okay, dann kommen wir zurück hier. Genau, da nach rechts. Jetzt siehst du das Stromkabel hier. Siehst du das auf dem Boden? Ah, nee, das ist hier in der Pfütze. Achso. Hier ist ein Zahn. Ja, sehr wichtig. Okay. Zahn Nummer 2 von 14. Und hier vorne mit? Ich habe bis jetzt auf jeden Fall keine riesen Zunge gesehen, was auf jeden Fall ganz gut ist. Glaub mir, die gibt es. Die gibt es. Aber lass mal die blaue Tür finden. Vielleicht beim Spawn closer oder so? Oh mein Gott, hier ist eine blaue 2. Eine blaue 2? Was ist da bei mir? Eine rote 2, Bro. Was siehst du denn für Farben? Bei mir ist zweimal blau. Das ist ein Serverraum. Was hast du da? Serverraum ist eigentlich ganz gut, oder? Für so Lampenbarnsschein. Okay, aber ist hier noch irgendwo eine blaue Tür? Kommt noch. Die kommt gleich. Hier ist ein Auge, was uns beobachtet. Alter. Noch ein Zahn. Was will das Auge? Das Riesenauge. Okay, was ist? Hier sind noch mehr Augen. Warte mal, ist da vorne noch irgendwas? Ja, ja. Locker ist hier die blaue Tür oder jetzt? Oder nicht? Alter, das ist voll riesig hier, ne? Ah, eine gelbe 3. Eine grüne 3. Bei mir ist blau, blau, gelb. Das ist ein unterschiedlich Farben. Aber wir haben auf jeden Fall, wir müssen mal gucken, wo wir diese Farben eingeben können. Was hast du gefunden? Hier. Ja, der Gernator. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, verkackt. Nein. Der erste ist ja schon überschwertiger. Der letzte ist voll schwierig. Oh, der letzte ist easy. Ich habe alles geschafft. Und jetzt? So, und? Ja, ich habe auch alles geschafft. Ich dachte, jetzt geht das Licht an. Ey, dachte ich auch. Was ist das denn? Egal, immer ein Zahn mehr. So einen Generator finden. Ja. Wie sind hier zwei Eingänge? Das ist eine Chillroom, so. Okay. Ich frage mich, woher die Riesenzunge sei. Hey, guck mal. Es sind vier Zahlen. Okay, aber ich habe ja schon drei Zahlen. Das heißt, ich kann das schon eingeben. Okay, meine erste war grün. Das zwei war rot. Ne, warte, ich hatte zweimal blau, ne? Auch grün. Was war mein drittes? Das ist eben gelb, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ja, da ist jetzt auch was passiert. Jawohl, ist aufgegangen. Oh mein Gott, zwei Zähne. Zwei Zähne, ich auch. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Alter, das war... Was ist das denn hier? Eine Pizza. Und hier? Da ist ein Bild von dir. Oh mein Gott, der geheime Raum. Du hast es nicht gesehen. Nein. Das ist so ein Pranker, Digga. Das ist so ein Pranker. Du bist Comedian, Digga. Oh mein Gott, hier war wirklich einer. Ich sehe es schon, dass du da an der Wand hängst, Digga. Ja, wahrscheinlich kann ich da an der Wand rein. Wo ist die blaue Tür jetzt? Die Sekt, ich finde die jetzt gleich. Ich will auch jetzt die blaue Tür finden. Hier sollten feil in diese Richtung. Feil in diese Richtung. Was ist das denn? Alter. Was ist was? Das ist die Zunge direkt da. Das ist eine Zunge. Ich habe mich angespuckt. Oh mein Gott, hier ist ja der gelben Tür da gerade, ne? Okay, wo ist die blaue Tür, Alter? Ja. Okay, sehr stark. Oh mein Gott, da redet ich hier die ganze Zeit. Ja, ja. Okay, dann lassen wir hier weitergehen. Wo ist die blaue Tür? Wo ist die blaue Tür? Hier muss sie irgendwo sein jetzt gerade. Hier muss sie hier bei der Safe Zone irgendwo sein. Aber hier, ja, wir sind eben rechts gelaufen, ne? Ja. Dann lassen wir hier gucken. Gute Idee. Ne, hier waren wir schon. Hier kommt jetzt das Auge auf der rechten oder linken Seite gleich, oder? Ne. Nein, nein, hier waren wir noch nicht. Hier Sackgasse. Hier bestimmt. Hier, ja, hier kommt das jetzt. Hier waren wir schon. Ne, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Da sind wir schon, da waren wir schon. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Also hier ist der Schlüssel. Wo ist sie jetzt hin? Ich rinde jetzt hinterher. Sie geht da rein, okay? Okay, glaubst du, sie weiß, wo die blaue Tür ist, oder was? Nein, ich glaube nicht. Ne, die hat keine Ahnung. Da gibt keine Ahnung. Da gibt kein blassen Schimmer. Ja, lass mal da, noch weiter rechts rum, noch weiter rechts rum. Ne, noch weiter, noch weiter, nicht da. Hier ist sie dort, Digger. Ich schaff's auch. Zurück. Ah, ich hab's. Bro, guck dir, wie kurz wir in der Safe Zone sind, Digger. Ist ja wirklich ein Witz. Egal, jetzt können wir die Letten besser werden. Und jetzt können wir durchgehen, hier. Oh Gott, jetzt? Wo sind wir jetzt? Da müssen wir hier rüberspringen. Das ist Gleicheisen für diese Tür. Ah, für Lüftungsschacht, oder was? Ne, für diese Holzwandtür da. Die war irgendwo, mit den Barrikaden, die war irgendwo in der Mitte durch. Hier ist sie. Oh mein Gott. Wow. Wow. Und die pinke Tür ist. Und ich weiß auch, wo die pinke ist. Wo war nochmal das pinke Schloss? Hier, komm mit, komm mit. Oh, ist so dunkel. Als wenn du noch weiß, wo wir lang müssen. Ja, ich weiß noch genau, wo es ist. Zack. Ich hatte sogar zum Glück. Junge, ich schwäch, Alter. Ich hatte sogar zum Glück, ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Krass, krass. Okay, unten die Lava. Oh, hier ist diese Schrauben hier für den Spawn. Und da können wir den Lüftungsschacht aufschrauben. Müssen wir, da kann man dann mit, oder was? Ja, ja, safe. Safe. Okay. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zum Spawn. Oh, guck, dieses Auge, das beobachtet uns. Das guckt die ganze Zeit. Oder? Hä? Doch, jetzt hier links, hier links. Hier links, hier links. Ja, okay, okay, sehr gut. In der Safe Zone drin, was? Ne, ne, hier ist irgendwo, in der Nähe von der Safe Zone, als wir rausgelaufen sind. Hier, 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 direkt hier draußen. In der andere Richtung, ja. Ja. Da wollen wir einen Schrauben ziehen? Genau, genau. Jetzt gehen wir los, schrauben und jetzt kommen wir hier durch. Oh mein Gott, Digga. Hä? Der Zahl hat nicht gezählt, glaube ich. Wie viel 10 hast du? 12 und du? Hä, ich hab 11. 11? Wie siehst du 11? Hä, die 10 haben wir nicht mehr, ich hab jetzt noch einen eingesammelt. Äh, ne, wir mischen 13, die Anzeige spinnen nur. Achso, okay. Bro, ich schaff das nicht mal darüber, ne? Ich hab 13. Ich schaff das nicht. Ja, warte doch mal, warte mal auf mich. Hä, wie schlecht bist du denn? Ich komm hier, ich schaff dir die Obby nicht, Digga. Also ich suchte mal in der Zeit die rote Tür, weil ich hab hier noch nirgends so eine rote Tür gesehen. Ich guck mal hier, vielleicht. Hm? Oh mein Gott. Hast du dich schon? Wo bist du jetzt hingelaufen? Ah! Wo bist du jetzt hingelaufen? Da, wo die Zunge ist. Ja toll, weiß ich ja nicht, wo die Zunge ist. Ja, Bro, ganz toll. Jetzt haben wir uns, jetzt haben wir uns verloren. So. Haben wir uns echt verloren? Ja, ja. Dann laufe ich halt jetzt alleine zur roten Tür. Was ist denn das hier? Ich hab so ein, so ein Chor oder so, so ein Kreisel. Ja, das muss ja rein in dieses Stromding. Da man kriegt den Strom angemacht. Okay, komm. Oh, wieso läufst du auch alleine los, ey? Wo bist du denn jetzt? Auf den Boden, auf den Boden, wenn der rote Boden anfängt. Blau Boden ist blaue Tür, roter Boden ist rote Tür. Ah, okay. Wo bist denn du jetzt? Ja, ich such dich auch. Lila. Hier mal der Safe Zone. Und du? Okay, warte. Warte, ich komm jetzt mal dahin gelaufen. Du musst mir sagen, wo du diesen Chor gefunden hast. Ich suche gerade die Safe Zone. So hart und dunkel, ich erkenne das gefühlt gar nicht. Ich bin bei, ich bin bei Dwayne the Rock. Ja, 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 ja. Okay, wo hast du den Chor gefunden? Komm mit, warte. Bei rote Tür kommt jetzt ja auch gleich, ne? Hier ist die rote Tür, aber den Chor findest du hier, warte. Oh Gott. Oh Gott, wo ist der Chor? Alter, das war hier vorne. Hey, der hab ich angerotzt. Eklig. Hier. Nee, hier war der Schlüssel. Hä, wo ist denn der Chor? Hä, hast du ihn noch gar nicht, was? Lila, komm mit rein in die rote Tür. Oh Gott. Der Digger, der chillt direkt vor. Komm rein. Alter. Das war ja lebensmüde, das Ding da. Und hier ist der Chor. Oh mein Gott. Oh Gott, als wenn. Ja. Also echt, wie schlecht kann man sein? Digger, das ist wirklich nicht so, man spawnt nur in der Safe Zone. Jetzt musst du wieder hinlaufen. Das will ich dann eher... Digger, ich weiß nicht, wie ich das noch finde jetzt. Das finde ich ja nicht. Ey, ich hab nicht gelickt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber was jetzt? Jetzt ist der Chor weg. Nein, als wenn. Nein, als wenn. Jetzt ist der Chor weg. Man kann die nämlich nicht respawnen. Natürlich kann man das. Nein. So, bitte. Jetzt muss ich es schaffen. Ich muss mein Chor kurz wiederholen hier. Zack, zack. Da hab ich doch den Chor. Easy. Ich hab ihn jetzt auch wieder. Ich wurde eben weggelegt. Bist du? Da bist du. Okay. So. Oh Gott, Alter. Die ist echt gruselig. Okay, man muss den Chor um reintun, ne? Genau. Das war bei dieser einen Mensa da. Im größeren Bereich. Dann geht das mal der Strom an. Hier, glaube ich. Äh. Ja, und jetzt links. Und jetzt links. Hier irgendwo war das jetzt gleich. Ja, hier ist das irgendwo. Oha. Oder? Oder? Hier drin ist das. Nee, jetzt ist noch weiter durch. Wo? Also, Digger, du bist ja wirklich ein richtiger, witziger. Hast du einen Clown gefrühstückt, oder was? Ja, heute schon. Ja, okay, okay. Er hat zum Mittag gegessen. Hier ist das. Das ist das andere Fernding. Äh, ich hab doch gesehen. Ja, 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 ja. Dafür ist es hier jetzt. Nein, das kommt noch. Das kommt noch. Das war's auf der ganz anderen Seite. Hier, der zeigt schon Fall in die Richtung. Ja, da ist der. Nein. Da ist er doch. Ich liebe einen. Ich pack den Korb rein. Oh mein Gott. Tatsache. Aktiviert. Oh mein Gott, können wir da jetzt ablauen? Yo. Gehen wir da jetzt mal durch? Warte, warte, warte. Bevor du durchgehst, du hast oben links auch so einen Würfel, ne? Lass mal draufdrücken. Wo Ready steht. Okay, ja. Was hab ich bekommen? Ey, ich hab sowas bekommen, damit ich Schlösser knacken kann. Lol, so einen Lockpicker. Was hast du bekommen? Oh. Was hast du geholt? Was hast du bekommen? Ich hab einen Free Push für fünf Minuten. Ich hab Free Lockpicking für fünf Minuten. Digga, ich könnte alles knacken jetzt. Okay, wie krass. Okay, komm, rein hier. Rein in den Korb. Oh Gott, ja jetzt. Ich wurde, ich wurde. Hilfe. Hi, Hippie. Hilfe. Digga, wir sind einfach entkommen. Die Zunge kommt jetzt hinter mir. Da kommt gar nichts. Wir sind viel zu schnell für die Zunge. Du bist die Zunge entkommen. Ah. Gewonnen. Keine Chance, die blöde Zunge. Hi, 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 Hi. Warte. Ja. Ja. Hilfe, Hilfe. Kaspar, was machst du da? Ey, was ist denn los? Du musst dich rausziehen. Ich helfe dir. Oh mein Gott. Was hast du getan? Die sieht aus wie deine Oma. Ey, die sieht aus wie deine Oma. Alter, die sind richtig alt und faltig und sowas. Das ist halt ekelhaft. Was ist los mit der? Okay, dann lass mal hier nach oben gehen, weil ich glaube, wir müssen hier durchgehen. Ja, hier durch. Oh, oh. Okay, das sieht schon. Oh, auch noch hier. Das sieht schon. Auf hier das Ding. Alter, da musst du doch nicht sich gegentreten. Was war das denn? Wo sind wir denn jetzt? Sag mal. Guck mal hier, wie dunkel das ist. Das sieht schon sehr, sehr dunkel aus. Okay, lass mal hier nach oben gehen. Was? Was? Hier war ein geheimes... Ja, genau. Ein geheimes Abzeichen. Da ist wieder so ein Knopf. Guck mal. Okay, okay. Warte. Ich... Ah. Du drück mal drauf. Ah, jetzt warte mal. Jetzt fahren die solche Dinge aus. Ah. Und, warte. Einer fehlt noch. Oh. Oh. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Alter. Okay, du hast nicht mal meinen Deckel geschlossen. Oh. Oh. Wow. Ach nee, ey. Warno, was machst du denn? Ich dachte, ich werde noch irgendwas machen. Okay, warte. Ja, du wurdest mich runterstoßen, ne? Sei ehrlich. Gar nicht. Bevor die Teile jetzt zurückgehen. Okay. Das wäre jetzt draufgegangen, das wäre so Karma gewesen, ne? Nicht. Oh. Ey. Mach bloß die Tür auf. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Komm, raus hier, raus hier. Okay, alles entspannt hier, ne? Nix los. Alter. Wo sind wir? Wo sind wir? Wie drängst du hier? Können wir hier durchgehen durch die Tür? Nee, ne? Oh, guck mal. Der Teppich, den jeder hatte. Oh. Oh, die hat sich aufgewacht. Hey. Was hat die gemacht? Was ist los mit der? In der Hand oder so, ne? Was ist das? Das Telefon. Was hat sich da? Drück schnell den Knopf. Die hat irgendwo bekommen von euch gehen, dass sie hier rumlaufen. Nein. Zurück. Die Tür ist auf links. Kannst mal legen. Die Falten. Welche Falten? Oh, du hast geholt. Sie hat mich erwischt. Sie hat mich erwischt. Okay, ich habe die Tür zugemacht. Ich sollte jetzt in Sicherheit sein. Alles entspannt. Warte, ich schnappe mal ganz was hier, die Blöcke. Blöcke? Sollen wir hier so eine kleine Treppe bauen? Oder was? Ja, jetzt müssen wir hier, glaube ich, hier rüberklettern. Und? Warte. Hier, Alter, du brauchst nur einen Block einfach. Du brauchst nur einen Block. Oh nein, müssen wir die nochmal mitnehmen? Nee, okay. Nee, nee, hier sind welche. Ich dachte auch gerade kurz. Okay, können wir vernehmen. Guck mal, ich zeige dir mal, wie ein Profi das macht. Du brauchst nur einen einzigen Block. Nee, safe nicht. Du brauchst locker zwei jetzt bei den Dingen. Ja, die Amateure brauchen zwei. Komm schon, rein da. Ey, funktioniert ja super, Kasper. Ja, reingekommen. Okay, warte. Ja, ich habe schon gesagt, die Profis brauchen nur einen. Ich bin jetzt auch reingekommen. Keine Sorge, alles entspannt. Wo sind wir hier überhaupt? Was ist denn? Was ist das? So ein Keller jetzt hier? Ja, guck mal, hier ist so ein Rad. Wollen wir nochmal nachdrehen? Ja, aber da können wir nichts drin. Ich glaube, wir müssen hier hochgehen oder so. Das Teil hier rauf, dann so und dann hier rüberklettern. Ah, na toll. Na toll, dann würde ich rüberspringen. Ah, ja, okay. So. Optimal. Ey, hier ist ein richtig krasses Lager. Warte mal, wir müssen jetzt hier einen Weg finden. Ja, ja. Äh. Äh. Ja, warte mal. Da lang? Nein. Nein, ich glaube, ja, oder? Nein, ich glaube, wir müssen, oder? Doch, Tatsache. Hä, sicher? Echt so, oder? Nein, ich glaube, wir müssen. Aufs Regal, hier aufs Regal und jetzt hier? Ja. So doch locker. Ah, wir hast es geschafft. Hä? Ah, ich bin auch oben. Okay, okay. Warte mal. Hier ist ein Knopf, den wir drücken müssen, ne? Voll schwer, ey. Oh, pass auf, Tau. Hoch, vorsichtig. Strom, Laser und sowas. Oh mein Gott. Oh, Gott, oh Gott. Hier. Oh, ich war auf dir drüber auf. Du hast es berührt. Nein, nein. Okay, drücken wir den Knopf jetzt hier. Jetzt ist irgendwas aufgegangen. Oh, nein. Was? Ja. Nein, ich habe den Knopf. Warte mal. Musst du wieder von vorne auf? Ich habe ihn trotzdem gedrückt. Nee, ich habe ihn trotzdem gedrückt. Ah, okay, du Glückspelz. Okay. Jetzt können wir hier hinten zur Tür gehen. Ah, optimal jetzt. Da muss man doch erst mal drauf kommen, ne? Dass man da oben drauf kommt. Ja, darauf musst du echt erst mal kommen. Okay, jetzt haben wir... Ey, wer ist das denn? Mist, das ist der Mann von der... Ii, das ist nicht Betty. Mr. Betty oder so. Mr. Betty. Ich denke mal, das ist er Bernd. Oh, nein, das ist Ben. Oh, die wurden eingesperrt. Ben ist das. Schnell. Nimm dir hier diese Zitronenkanone. Warte, ich muss mich erst mal schnappen. Die schießt da über welche Hammer, die schießt... Oh mein Gott. Warte, ich schieße auf ihn. Ii, BUUUH. Alter, was schießt das? Was ist das? Was schießt das? So, Hammer, Alter, der ist voll am Heulen. Nichts am Heulen. Ich heule ihn. Heul, Schuße, Heul, Schuße. Heul, Schuße, Heul, Schuße. Wow. Der ist voll explodiert. Warte mal, ein Rätsel, ein Rätsel. B. C. A. Das A muss zu A. Und das C. Das heißt, das B muss zu B, A, okay. Das C muss zu C. Und das A muss zu A. So. Und hier, ah, jetzt ist die Tür aufgegangen. Oh, sehr. Und hier? Optimal hier, ne? Ey, so ein Teppich hatte ich auch früher, der sah auch genauso aus. Ich weiß, ich schwöre, den hat mir geführt alle. Ich glaube, der hat geführt jeder an der Kindheit. Der sah genauso aus. Warte, wir kommen jetzt hier. Oh, da. Ja, das schlaue Auge sieht hier den Weg. Das schlaue Auge hat den Weg gefunden. Okay, kein Problem. Oben. Dann können wir da nicht... Wenn du nicht raus, dann musst du jetzt mal abkürzen, ne? Dann musst du jetzt mal um die Kurven rumspringen. Oh, Mann. Der muss jetzt auch abkürzen um die Kurve rumspringen, wenn du dich traust. Ja, okay. Ich zeig dir mal, wie es... Oh, Mann, Alter. Weil das Rohr rutschig war. Tja, hat ja super funktioniert bei dir. Bei mir mache ich lieber... Ja, das kann halt ab und zu mal passieren. Nein, Gott. Warte, ich muss erst mal wieder auftreten hier. So, sehr gut. So, Alter, mach mal... Ja, Mann, ja. Das glaube ich nicht. Ey, unglaublich. Das glaube ich nicht, Digga. Mann, ey. Das hättest du noch... Das hättest du noch mal runter, sag mal. Mann, ey, das war echt blöd von dir. Na, endlich mal wieder, ne? Okay, ich hab's geschafft. Ich bin jetzt durch hier. Alles... Alles entspannt hier. So, es ist... Wow. Okay. Oh, nein. Da ist sie schon wieder, ne? Da ist sie schon wieder. Lass den Klopf, das heißt, sie ist wach, sie ist wach. Auf den Klopf, auf den Klopf und jetzt sie hoch. Und jetzt nach oben gehen, ne? Die ist drückt jetzt da wieder. Oh, umlauf, lauf, lauf. Die läuft die Treppen hoch. Oh, Gott. Oh, mein Gott, Alter, ich hab die grad abgehangen. Warte mal, wir sind noch... Wir sind noch nicht los. Da steht die noch. Oh, mein Gott, doch. Wir müssen jetzt irgendwas finden. Wir müssen jetzt erstmal oben lang laufen. Ja, wenn du jetzt runterfällst, dann hat sie dich, ne? Dann hat sie dich, dann hat sie dich. Dann hat sie dich, dann nicht mich, dann hat sie dich. Ja, dich. Sie hat dich dann. Oh, zugegangen. Ich hab's zugetreten, irgendwie. Alter, ich trete voll. Okay. Aua. So, sehr gut. Oh, was sind das jetzt für eine krasse Orbe? Oh, nein. Oh, nein. Okay, vorsichtig, Bro. Hier müssen wir schön rübergehen. Kann man nicht hier voll abkürzen? Oh, okay, ich würde nicht abkürzen. Hat ja super funktioniert mit der Abkürzung. Ich würde es lieber lassen. Das war ja erste Sahne auf jeden Fall. Ja, das ist... Man, einmal das, ich klappe das. So, und dann hier geht's schon ein bisschen weiter. Und ich sehe gerade, hier müssen wir irgendwie... Hui. Oh, Gott. Hui. Alter, hat easy funktioniert hier? Gar kein Problem hier. Uuuuh. Bro. Das war ja so klar. Wieso schaffe ich so welche nicht? Hey, warum hast du denn den Checkpoint da bekommen? Wie unfair. War nicht cool, Ben. So, und oben. Oh, mein Gott. Okay, du hast fast... Ha, ha, ha. Warte mal an, Charlie. Ich spöre es dir. Ja? Ich bin ausgerutscht. Das ist, weil du gegen mich bläufst die ganze Zeit. Uuuuuh. Ja. Kein. Verdammt. Ich wollte mich drunter schrumpfen. Easy peasy. Das war ja hier... Na gut. Hör auf jetzt. Lass das. Hast du Angst, dass du drunter verhältst? Ich habe echt ein bisschen Angst. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ja, ist doch gut so. Solltest du auch haben. Alter, hör mal auf. Knopf drücken hier und... Ja, und jetzt drücken wir mal. Oh, der Ventilator da unten ist angegangen. Und Sprung. Oh mein Gott. Yo. Okay, ich bin auch drüben. Sehr gut. Und hier können wir jetzt entspannt... Also wirklich. Das ist... Weißt du, wie Ron das liegt, weil ich ein bisschen kleiner bin als du. Weil meine Beine zu kurz sind. Ah. Ist so, ist so. Ja, ja. Okay, dann geht es hier auf jeden Fall weiter. Ich komme mal gerade drüber. Ich habe viele Donuts gegessen. Nee, du hast... Ja, ja. Okay. Du musst die Metallplanken, um rüber zu kommen. Tja, der altbewährte Trick, ne? Da wissen wir doch alle. Ich weiß. Der altbewährte Trick. Nur eine einzige Planke. Eine Platte. Aber du darfst sie auch nicht einmal fallen lassen. Wenn sie sie einmal fallen lässt, dann ist das Ding auf jeden Fall durch. So, easy peasy, bro. Und hier. Ja. Wie ein Profi. Nimmst du die noch mit sogar? Ich nehme die auf jeden Fall noch mit. Wer weiß, wird die vielleicht nicht brauchen können. Ja, okay, okay. Ich kann die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Alter, du bist locker drauf jetzt bei der Kurve. Und? Was hier drauf geht, ich bin der Beste. Ich bin der Profi. Okay, okay. Profi. Warte. Yippie. Ich habe immer noch meine Metallplatte. Ich auch. Ich auch. Wo geht sie überhaupt lang? Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, wir kommen jetzt raus aus dieser gruseligen... Nee, keine Laser. Keine Laser oben. Okay, alles entspannt hier. Und jetzt... Alter. Oh, ich muss das fallen. Ich nehme sie trotzdem mit. Ich auch. Ich nehme sie auch wieder mit. Immer noch mit hier. Was ist das denn? Milch? Baby Drink. Milch? Guck mal. Ich kriege mal. Oh, ich habe das Ding noch mit, die Metallplatte. Echt, Junge? Die brauchen die Kette noch mal. Oh Gott. Oh, ich bin absolut im Milch. Bibi jetzt gerade. Ja, weiter, weiter, weiter. Hier an diesen Dingern vorbei. Ja, Picknick-Tisch. Oh, oh. Oh Gott, hier musst du abbremsen. Oh mein Gott. Hier musst du abbremsen. Das war ganz knapp. Das war ganz knapp. Und? Oh. Ja, das Käse-Ding hier noch. So. Ja, lass noch mal liegen. Da jetzt noch mal. Wo du bist es denn überall? Nein, wer weiß. Oh nein. Ist das Pennywise? Gefühlt. Wir müssen uns den stellen, ne? Das ist doch ja auch. Okay, okay. Und? Und? Und ein Robo-Betty 9000. Mit Käse, mit Käse auf den Feuern. Auf Betty. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, die kommt auch nicht zugesprintet. Oh Gott, nein. No up, Betty. Die kann sogar springen. Aua. Au, Alter. Was war das denn? Die hat so eine Welle gemacht oder so, oder? Eine Schockwelle oder sowas. Oh, ab hier, Betty, du. Ein verrossener Roboter. Ja, ich hab dich gleich, Betty. Betty, du wirst euch draufgehen. Betty 9000. Oh Gott. Schockwelle. Komm schon. Oh, alles gut ausgewichen. Oh, letzten Schüsse hier. Oh. Wie die ungefallen ist. Und explodiert. Alter, die ist aber erwischt. Richtig doll explodiert. Alter, die will zu Mama. Hast du es gesehen? Die wollte richtig zu Mama. Ja? Ich will zu Mama, hat sie gesagt. Hier ist der Monta-Truck, mit dem wir im Kopf können, jetzt glaube ich. Oh, okay. Guck ihn dir mal an hier, Alter. So, ich fang mal. Der sieht cool aus. Woher kann man damit hinfahren? Ich düse es mit dem weg. Und? Burnout. In die Freiheit. In die Freiheit rein. Wuhu. Das ist auch so wie vor gewesen, meine Freunde. Wenn ihr von der Merse möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt einfach das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Auf da rein, bis morgen. Ciao, ciao.